Wir sind zurück in Neustadt-Klewe und jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Es wird nämlich gerade umgebaut für den nächsten DJ, der um 20 Uhr loslegt. Es gibt uns die Chance, mal mit dem Produktionsleiter zu sprechen. Herzlich willkommen, Sebastian Heise. Wir haben einige Highlights jetzt heute schon erlebt, auch gestern Scooter zum Beispiel. Wie ist es bisher gelaufen? Also wir haben bisher ein sehr positives Festival-Erlebnis. Das Wetter war uns holt, die Gewitterwolken sind mal gerade an uns vorbeigeflogen. Wir haben zwei sehr gute Tage gehabt, sehr fröhliche Gäste hier. Und wir sind in voller Erwartung auf den heutigen Abend. Die Campingplatzbesucher, bei denen wir heute waren, die haben uns gesagt, ja dieses Camping-Erlebnis, das ist ganz was Besonderes und die sind hier seit vielen, vielen Jahren. Jetzt wächst aber die Airbeat mehr und mehr. Wie können Sie diesen Charme, den die Leute so lieben, aber behalten in den nächsten Jahren? Indem wir genau dieses auch beachten. 70, 80 Prozent vom Festival-Erlebnis ist einfach das Camping, weil es ist wie eine Urlaubswoche. Wir vergrößern das Infield, was wir dieses Jahr gemacht haben, in die Bereiche jetzt in diesem Jahr in den Pool-Bereich, so dass wir den abends zum Infield dazugeholen, ohne dadurch Campingfläche zu verlieren. Und das war der Trick an der ganzen Sache, weil der Camping ist uns heilig und die Leute sollen genau dieses Erlebnis haben und abends halt unsere Bühnen zusätzlich zu ihrer Campingwoche. Wie groß ist diese Herausforderung? Weil Sie, wir haben es schon vorhin im Beitrag gehört, es ist ja die drittgrößte Stadt in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende. Herausforderung in zwei Richtungen. Zum einen in die Sicherheit, wo wir sehr viel Unterstützung von den Behörden haben und zum anderen natürlich in die Umsetzung in diese kurze Zeit. Aber da wir ein gesamtes Planungsjahr haben und auch viele Behörden hinter uns, schaffen wir das jedes Jahr super. Was ist heute Abend noch das Besondere? Paul Kalkbrenner zum Beispiel, der wird nochmal hier für volle Hütte sorgen. Wie wird dieses Festival aber dann grandios zu Ende geführt? Also wir haben natürlich als größtes Highlight heute Abend unsere riesen Timecode-Feuerwerksshow, die hier um 1.30 Uhr stattfindet. Danach haben wir noch den DJ Afrojack, der das Ganze dann abrundet und zum Ende führt. Ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche noch eine schöne Veranstaltung.